nicht darum ist irgendwas gestorben coolen paar hasen zu sehen das ist unser beet ich höre irgendwas aber ich sehe nichts und das was ich höre ist höchstwahrscheinlich ein lichter oder irgendwer moment hier kommt wahrscheinlich von da irgendwo gut war ja hast schon recht es ist schon ziemlich verschwenderisch seiner sachen zu verbrennen aus wissenschaftlichen gründen wollte sich hinzugefügt wusste ich doch ich habe hier was gehört man klettert doch nicht auf dem ding rum ja wollte ich den jungen wünschen warum liegen die münzen hm die zweimonatige pause ja teils teils also die pause fing an weil ich probleme mit meiner schulter hatte und ging dann weiter in oktober als ich als wir praktisch ein anderes projekt gemacht haben weil ich hatte auch letztes jahr schon mein spooktober projekt das haben wir dieses jahr wieder gemacht das ist dann halt so minecraft gemoddetes minecraft mit einem eigenen modpack wo wir dann gemeinschaftlichen server aufgemacht haben und dann haben wir gemeinsam minecraft gespielt das ist unser spooktober das machen wir nächstes jahr auch weiter in der welt die wir lieber angefangen haben und dann noch mal ein bisschen päuschen einfach um mich noch mal umzustellen weil jetzt war ja auch die zeitumstellung von daher teils und ja ich habe da oben schon was gesehen unter anderem was kletterndes ich nicht okay und ja ich weiß drei monate pause das wollte man sich nicht zu sehr hinaus machen okay untersuchen wir einfach das was wir gerade gefunden haben sofern ich dann noch mal irgendwie hinko kommt kommt da schwimmen und hier und da will ich hin das wird lustig aber oh 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 god ausdauer 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 den haben wir den auch minecraft konnte man aber sehen ich habe da eine einige spieltage mit erfolgt wenn ich jetzt nicht total schwimmen ja stimmt da warst du ein paar mal dabei schon wieder tot und das finde ich gerade richtig ernsthaft diesen ski wieso sind die schien was zum hinkern was habe ich denn da oben gemacht dass er das kommt schief 0 ok ja wir sind mal wieder tot aber das gefällt mir sehr wir haben eine mine eine mine da wo ich gestorben bin haben wir eine mine das ist gut das ist sehr gut kommen wir jetzt dahin ohne ohne zu sterben wie gut dass wir hier noch zeugen übrig haben aber warte wenigstens da sollte man mitnehmen damit man sieht wo man lang springt ja das ist jetzt gut glück bin ich wieder mal selbstmörderisch unterwegs ja habe ich hier aus meinen fehlern gelernt nein dachte schon ich bin in personale universum unterwegs gewesen ja alles gut alles gut und schamlose eigenwerbung wer das book turbo spektakel noch sehen möchte das kommt jetzt täglich kommen zwei so ne videos auf youtube hoch schulter ist wieder gut ja der arzt meinte zwar von wegen ja es sei verspannung aber ehrlich gesagt glaube ich das immer noch nicht weil sei seit ich jetzt die schulter stellung geändert habe während ich hier sitze seitdem ist es besser geworden und vor allen dingen auch ich habe meinen kissen ich habe anders ich liebe jetzt auch nachts anders und seitdem hat sich das sehr gut erholt wärmer hat es irgendwie nur schlimmer gemacht deswegen glaube ich nicht dass es nur noch verspann dass es echt eine verspannung war aber was weiß ich schon ich bin kein arzt genau auch unter gamer hexe beziehungsweise müsste eigentlich auch verlinkt sein so da ist der wächter aber da ist auch mein grab gibt mich mein grab nee wir gehen mal kurz rein ich glaube da sind wir sicher oder auch nicht sind wir hier sicher oder nicht ja wenigstens hier vorne was zum penker ist das oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh oh nein ah 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 okay das taugt gar nichts nein dazu das taugt nichts auf die treppe darfst du einschlagen das ist mir egal stirb du dummes du liegst wach 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 hier ist immer so cooles gewittert ne da drinnen war halt noch einer mit oh hi ich sehe nichts traue ich mich da rein ich meine wir sind dann direkt am eingang das notfalls kann man wieder rausspringen ein paar mal rein paar mal draufhauen wieder raus wieder rein der schutz mich raus du lump ich hab dich doch fascht komm schon mit zwei sterne zecke na lecker ich hab die zecken vergessen ich hatte gerade ein kaninchen gesehen hatte gehofft es ist noch da ja das sieht nicht so aus ich glaube ich bin ganz froh ich glaube wir können von glück rennen dass ich wieder rausgegangen bin wenn ich mir jetzt gerade so meine heilung punkte so anguckt blutklumpen na lecker und hier bräuchten wir ein portal das ist ja cool lass das hinziehen bin ich hier überhaupt rei und danke silber selber war ja fleißig hat er alles schon vorbereitet hier ein sucher soldat ok mich dass das gerade viel bringen macht nicht viel schaden aber aber ich sehe das schon ich lebe ich weiß nicht warum ich lebe noch kann ich trinken das war ausdauer verdammt das ist so eklig dass der kater von dem man auch hier in den pizzen auf dem schoß eingelegt hat im ochensessel ein stream auf tablet so geht es absolut klingt traumhaft schön okay wenn man den soldaten fertig doch schon müssen wir mal ausschubsen das gemein schon wieder draußen okay irgendwas mache ich noch nicht richtig was mache ich noch nicht richtig aua sterben tue ich das mache ich nicht richtig und mhm ja 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 wir sind hier nicht in den nebel landen jetzt ist unser licht weg dann halt ohne licht blind durch die nebel land ich glaube das war nicht das erste mal dass wir das gemacht haben und sie sagen hier haben wir wieder schönes wetter bei uns ist gerade sie ist auch nicht eigentlich müsste man es nutzen um das ist eine pflanze und eigentlich müsste man es ja wirklich glatten nutzen um wirklich draußen mal so ein bisschen zeit zu verbringen dann wiederum es wird auch mal so schnell wieder dunkel ist eigentlich gar kein spaß macht so richtig ausdauer kurz weiter stimmen ob da wir werden jetzt nicht von einem blitz getroffen der rest ist mir relativ wurscht und da sonst den rest müsste man eigentlich so schaffen ja das kommt mir bekannt vor da ist das licht ein fest ja okay ganz fast im glück ist unser grab ja nicht weit weg ne man kommt ob man verhältnissig mäßig schnell ran das kann ich ihm verschreckt das tut mir leid so einmal rein einmal holen einmal raus danke alles wird gut 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 ich da rein eigentlich ja nicht auch da war wieder einer der hatte mehrere sterne ok hat nur ein stern schön genug jetzt wo er soll da hatten was mache ich falsch was mache ich bei denen falsch der hammer scheint nicht viel zu bringen was war das was brauchte ich bei denen die axt die axt funktionierte gut die leute fertig sind ist der skill auf 0 es ist dunkeln wir gehen schlafen dunkel mag ich nicht auch nur das gewittert immer noch die sitzen hier aus das ist hier holen honig marik marinade davon können wir doch bestimmt noch mehr machen was braucht man dafür holen honig und so tun wir sind ja gut das kriegen wir hin das kriegen wir hin davon können wir ganz viel machen wir brauchen nur die jod und bläschen und die habe ich schon angepasst angewärter angepflanzt und dementsprechend daran zu kommen ist kein problem mehr ich glaube erstmal will ich mein zeug zurück jetzt hier nackig järtnern ist auch nicht so gut wenn der ansucher kommt habe ich die a karte und a karte ist nicht mal da ich meine runde baden halt baden soll ja gut für ein kreislauf sein aber gilt das auch für leute die schnell frieren wie ich hier müssen wir hoch 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 als ausspung hoch 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 einer trockenschütteln diesen hund hier ist nix gut und janjall wäre jetzt furchtbar aber wir beschreien es nicht deswegen kommt er auch nicht hallo häschen keine sorge häschen ich habe nichts vor mit dir ich will nur mein zeug wieder in der hoffnung dass das schnell geht einmal wir haben alles wir haben alles wir sind nicht aufgegangen nicht zwingend wie ich dieses Viech besiege obwohl dürfte jetzt eigentlich das dürfte eigentlich gleich platt sein der suchsoldat ist ja auch noch da stimmt den hatte ich vergessen aber der hängt da ziemlich fest wie es aussieht ich bin schon wieder rausgeschubst da darf ich raus zu schützen das ist gemein dann schutz ich euch mit raus so wer ist weg und der ist weg gehen wir aus dem weg nee wir sind aus dem weg ich muss da hinten ran wir sind weg ich weiß nicht warum aber ich lebe weg da hinten ist nämlich ein nest das hätte ich gerne weg ich probiere mal damit wir machen ein bisschen mehr schaden und dadurch wurden die langsamer kann es sein wieder rausgeschubst die sau da hinten ist glaube ich doch ich glaube doch naja zumindest ist der bald weg ja ja du mich auch au nein diesmal nicht du dich du dich und du dich zu ja du dich es ist du dich du dich du dich du du oder muss sich die zerstören was das kommt gar nicht ja du hast gut sag ich mal ernst sich den kern von welch kein platz mehr ok irgendwas muss ich nicht brauchen den wir wahrscheinlich brauchen davon haben wir so viel schon immer erst mal oben lang in die richtung eine gute wahl wir haben den kern ok jetzt ist mir das nicht würde ich ja gerne mitnehmen ich komme nicht dran draußen ist da kommen wir nicht hin ist vielleicht doch will ich darunter schon ich glaube wir gucken uns erst mal oben und gucken uns um eine gute idee die eine gute idee jetzt hätten wüsste ich wirklich gerne mal was die natur sich dabei gedacht wenn die diese tiere irgendeinen nutzen krankheiten verbreiten definitiv krankheiten verbreiten ob das für uns nutzt man das frage warum habe ich nicht mein hammer dabei den brauchte ich gar nicht meine jedes hier hat irgendwo schon nutzen auch wenn wir es nicht nein nein ich weigere mich schon hier zu sterben dankeschön einfach weigern ja das passt schon aber das war der raum alles klar hier sind wir vielleicht gehe ich mal kurz nach hause und laden das zeug ab immerhin zwei kerne und hier haben wir noch was das spiele gerade keinen platz dafür wir gehen jetzt mal nach hause und ich wünschte wirklich werden einen besseren weg dorthin das ständige schubsen dass sie machen es gefährlich und meint jetzt die suche ja einmal die falsche richtung geschubst und man fliegt sonst wohin wir sollen da auch nicht meine stärke wir sollen können ich habe ein kaninchen gehört naja später später der lektion okay aber geht das auch nicht weg wirklich also ganz ehrlich es gibt paule wikinger die nehmen ihr nach hause über hin mit nee nee könnte ich nicht ich habe ein zu hause eine große base da ist alles was ich brauche und da schleppe ich auch alles hin aber ich kann nicht alles immer wieder hin und her also nicht alles hin und her schleppen das wäre furchtbar aber welchen knall kriegen und was zecken angeht es gibt schlimmeres als zecken ganz ehrlich ich glaube wir haben es mit den zecken noch ganz gut gut getroffen da gibt es ja wesentlich ekligere viecher die noch wesentlich ekligere sachen tun da können wir uns hier echt glücklich schätzen allein bei dem gedanken ich ich glaube wir werden mal mehr heiltränke brauchen es ist ganz der krisi wie der pushierende strange corner ins strange kann es ist ja es ist ja warum wir gehen nicht weiter mit sorry war ich vielleicht was falsch verstanden wieder wäre nichts neues würden würden so nicht schlechter spricht das war mal wieder